hallo und herzlich willkommen zur neuen ausgabe let's play overwatch und ich bin nicht allein nein wie wir hier sehen rio kathas auch dabei hallo zusammen ja mal schauen was heute so geht ich werde jetzt mal hier den solcher auspacken und dann guck mal wir haben und haben besuch ich mir erst mal hera und einfach das beste mit solcher muss man was sagen ist die synchro weil er halt einfach nicolas cage als stimme hat das einfach zu gut ja also nicolas cage nach wie vor weiß ich was ich dem also allein schon lord of war muss ich sagen allein schon der film ist super cool er war super ja fand ich auch gut ich hab's immer noch drauf muss immer zweifel mittags ist auch nicht schlecht es hat mcree gesagt ja glaubt mc kree echtig und die war ja als kracht also die war ja spielerisch ganz cool aber als karakter finde ich irgendwie nicht so cool das geht mir ähnlich also den style hätten sie besser machen können aber wannabe asia mädchen und jetzt nicht überzeugend kriegt die auch noch heilung weil wir also verräumtlich aber wie viele hat hat sie erwischt sehr gut das war nämlich ganz schön viele du was war das denn von dem wurde ich eliminiert ach so ein sniper oder was ja also ich habe auf jeden fall ein sniper hat bekommen warum habe ich den ball nicht gesehen habe ich gar nicht gesehen habe ich gar nicht gesehen aber ich hasse die sniper zu sehen ich hab dich im wie sie jetzt gibt es alle ich stehe ich stehe bitte warum zählt ihr denn die ganze zeit doch nicht die tanke ach mensch die selbstschussanlagen die da drinstehen dachte die kriegen mich da draußen nicht haben sie aber doch noch heidewitzka die nerven ab und dann doch schon stark schade es war eine schöne angriff eigentlich gerade ja ist ja noch nicht vorbei und scharfschütze guter angriff ich habe gerade einfach mal meine ulti auf den teleporter geschmissen in der hoffnung da irgendwas rauszubekommen aber es hat schon gereicht dass ich einfach so meine kanapen in die richtung geschossen habe immer wenn da jemand gespawnt ist ich nehme dieses angriffstil ein komm her und lasst euch stabilisieren stabilisieren komisch an echt so easy wie gesagt ne ich hab ja nicht mehr so gut alter nice das war ein schnelles spiel alter schnelle spiel aber coole runde bei mir lief echt saugut ich bin wieder weg die sabine xxl mit winzern bin die hat einen guten job gemacht die sabine ja da ist also noch weiter ich weiß gar nicht wegen meinem däumchen geben soll mir 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 da hast du danke war es damit gibt nicht alles auf einmal aus alles klar so eliminierung 14 8 kills ich habe vier goldmedaillen und eine silber naja das ist gut dann danke dass ihr dabei seid in dieser kurzen runde von overwatch bis zum nächsten mal euer alcaramba tschüss 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 tschüss